Willkommen zur nächsten Folge FC Mobile 24, Leute. Hi, du Hützka. Auf jeden Fall erwartet euch heute wieder Packs, Packs, Packs. Unter anderem vor allem auch im Pass, Leute. Immer auf jeden Fall Rivalenpass. So, genau, im Rivalenpass würde ich sagen, gehen wir uns alle erst mal hin, Frenos. Und ich bin auf jeden Fall jetzt beim zweiten Dings hier. 150 Punkte bis 500 Gems, Leute. Und ich habe jetzt auf jeden Fall aktuell 200. Am Ende dieses Passes erwartet uns auf jeden Fall Du-Deck. Auf jeden Fall kann man sich abholen. Ein Du-Deck und als vorletztes hier auf jeden Fall nochmal 500 Gems. Aber ich habe euch gesagt, Frenos, wir gehen in den Pass rein. Und wir werden auf jeden Fall gleich das erste Dings machen. Hier, ich brauche auf jeden Fall noch 11 Punkte, um 600 Gems mir zu R. Ähm, Dings hier. Ähm, kann ich nochmal in den Pass hier gehen? Rivalen? Oder war das der andere Pass? Ich bin auch doof, ne? Ich bin auch sowas von doof. Das war der Rule Breakers Pass. Das war der Rule Breaker Pass. Sky wieder lost hier. Genau, auf jeden Fall hier kann man sich ein Du-Deck abholen. Was wir auch gleich nochmal hier machen. Du-Deck. Auf jeden Fall ein Sechziger bis ein Neunsechziger. Was ziehen wir? Ja, natürlich Schmutz. 40.000 Coinlines. Ähm, nochmal ein Du-Deck. Ein Du-Deck. Ähm, Sechziger bis Neunsechziger. Abrufen. Nochmal. So. Und auf jeden Fall. 50, äh, 25.000 Coinlines. Auch nochmal hier. Und vor allem jetzt hier. 80er bis 94er. Ich kann jetzt hier vor Real ein 94er ziehen, ne? Und, ähm, ja. 75er bis 84er, ne, Leute? 75er bis 84er. Mal gucken, was wir jetzt ziehen. Einen, ey, 90er, ne, Leute? Ist voll in Ordnung, ne? 75er bis 84er. 79er. Is not a friend us. Sage ich so, wie es ist. So, auf jeden Fall. Nächste Tage. Morgen oder übermorgen hier, Leute. 80er bis 89er. Und 85er bis 92er, ne? Das wird rein schallern. Und, Leute. Bevor ich auf jeden Fall jetzt hier anfange. Wie gesagt. Einen Däumchen da oben da lassen. Für diejenigen, die mein Video gefallen. Oder die meinen Videos gefallen. Und auf jeden Fall Abo da lassen. Für mehr Videos. So, wie würde ich sagen, Leute. 80er bis 94er. Ich kann jetzt hier vor Real einen 490er ziehen. Wie krank ist das denn? Ich habe den Würfel. Den Würfel. 1, 2, 3. Oh, Walkie. Portugal. Stürmer. Everton. 84er, Beto. Ist in Ordnung, Leute. Ein 84er aus dem 80er aus dem 94er. Und ein Walkie ist voll in Ordnung, Renders. Auf jeden Fall würde ich sagen. Am Ende dieses Videos werden wir nochmal hier. Am Ende dieses Videos werden wir nochmal hier grillig hoch trainieren. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es klappt. Weil Chance dafür ist 40%. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mir noch ein Do-Deck hier mehr erdingsen kann. Hier bei dem Umtausch hier. Universaler Rangspieler. Machen wir auf jeden Fall auch noch am Ende des Videos. Machen wir am Ende des Videos. Ähm, genau. Würde ich eigentlich sagen, Leute. Gehen wir in den Shop rein. Haha. In den Shop rein rein. Bei Rivalen, Leute. Ich mache auf jeden Fall hier Rivalen-Packs. Was gibt es hier? Achso, das war hier. Äh, genau. Ja. Ähm. Rivalen. Rivalen. Das hier. Batz, Junge. Ähm, 88er bis 95er. Und mit etwas Glück kann ich hier 4real Pushkas ziehen. Modricz, Salah. Also, man kann hier echt schon wildes Zeug ziehen. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Ich würde sagen, Leute. Erste Pack-Line. Erste Pack-Line. Erste Pack-Line. Ja, 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 ja. Kein Wokey. 150.000 Coins. Zwei Rivalen-Token rot. Ein 80er, ähm, Schalker. Okay. Naja. War ja jetzt nicht so. Ähm, übrigens die Coin-Lines hier. Ah ja, 15.000 bis 40 Millionen, Leute, ne? Man kann auf jeden Fall hier 40 Millionen Coins ziehen. Heide Witzka, sage ich dazu nur. Heide Witzka. Ähm, genau. 40 Millionen auf jeden Fall unter 1%. Auch der 95er-Spieler unter 1%. War auf jeden Fall zu erwarten. Und ich würde sagen, Leute, was jetzt hier Glück bringen wird, ist mein Adventskalender, Leute. Mein Match-Text-Adventskalender. Hat auf jeden Fall schon oftmals Glück gebracht, ne? In jüngster Vergangenheit. Haha, meine Pack-Lines. Ah. Bam, Junge. Zweites Rivalen-Pack, Leute. Und mit etwas Glück, Leute, ziehe ich hier Mo Salah. Und die Karte sieht anders krank aus. Oder 95er, äh, Luka Modric. Wäre auch geisteskrank. Es gibt noch auf jeden Fall eine geile Icon, Leute. Push-Cash. Boah. Boah. Boah, Junge. Die Macht des Adventskalenders. Der Adventskalender beschwört jetzt einen Walk-Out. Immer diese Scheiße, wenn man kein Walkie zieht, ne? Immer diese Scheiße, wenn da kein weißes, äh, Dings kommt. Äh, 120.000 Coins. Ähm, Rival-Token Rot. Ein 80er und, äh, ja, 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 ja. Würde ich sagen, drei Pack-Lines noch, ne, oder? Ja, genau, drei Pack-Lines noch davon. Der Würfel. Der Würfel. Ich gebe den Würfel nochmal eine Chance. Eine, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal würfeln. Hab geset-fingert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hab gefet-fingert. Wo ist Crick? So. Bringt auf. Immerhin 600.000 Coins, ne, Leute. Immerhin 600.000 Coins und, nein, haste gar. Naja, aber ich hoffe ja auf jeden Fall noch auf dem Walk-Out heute hier, ne? Walkie. Walkie. So. Jetzt kommt die asianische Nudelbox am Start. Ich will aber ganz kurz gucken, Leute, äh, wie viele Coins ich jetzt habe. 6,3 Millionen Coins. Äh, oh, das ist gut. Das ist gut auf jeden Fall. Ähm, wir machen weiter. Rivalen. Rivalen. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ich bleib bei dem hier. Oder was gibt es hier noch für Angebote? Was gibt es hier noch für Angebote? Für 6.000, ähm, Gems. Aha. Garantierte Bohnen hier für 80er, was für 90er. Kannst du aber, wenn du Pech hast, um so ein 80er ziehen, ne? Ja. Weiß nicht, ob sich das lohnen würde. Na gut, egal. Okay. Ich würde sagen, Leute, habe ich hier von den Champions League Dingern. Oh, okay. Ja, kann ich mir einen Rivalenpunkt abholen. Okay, würde ich sagen, Leute. Vorletztes Packlein davon. Asiatische Nudelbox, Leute. Asiatische Nudelbox. Batz, Junge. Auf jeden Fall oftmals sehr, sehr viel Glück gebracht, ne? Vor allem die, die meine Videos verfolgen. Gut. Batz, Junge. Let's go. Wir gehen rein. Oh, wieder 600.000 Coins und wieder. Oh, und 82er, ne? Joe Hart. 82er. Okay. Würde ich sagen, letzte Pack davon hier. Letzte Pack davon und locker, easy, 8 Minuten. Batz, Junge. Ist halt ein bisschen länger geladen als sonst. Vielleicht bringt das ja Glück. Ich hoffe ja immer noch ein Walkout hier, ne? Ägypten, RF und Liverpool und Zala und Batz, Junge und so. Walkie. Das war ja auch schon mal irgendwie so ein Schmutzpack, Alter. Ähm, 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 Black Friday. Machen wir nochmal das hier. Muss ich auf jeden Fall, ähm, Schwarzbild jetzt hier machen. Blackscreen. Blackie, Blackie. Blackie, Blackie, Blackie. Blackie, Blackie, Blackie. Blackie, Blackie, Blackie. Blackie, Blackie. So. Zack. Walkie. Haha. Deutschland. ZUM. Leverkusen. Würz, ne? 85er Florian Würz. Ey, das ist gut. 85er Florian Würz. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, würde ich sagen, Leute. Umtausch. Umtausch, umtausch, umtausch. Ähm, 88er. Ähm, können wir aber nicht machen. Machen wir auch nicht. Lose ich in meinen Augen jetzt nicht so krass. Am Ende ziehe ich jetzt in den 88er, ne? Äh, das wäre, äh. Ähm, das hier. Können wir auch nicht machen. Wir bleiben dabei, Leute. Universale Rangspieler. Wir bleiben dabei. Oder kann ich mir garantiert einen Dudeack abholen? Nee, kann ich nicht. Eigentlich nicht. Egal, Leute. Wir machen das. Wir machen das hier. Ähm, das hier. So. Kann ich auf jeden Fall mit etwas Glück auf jeden Fall hier 89er Mal ziehen. Oder ein Schlotterbeck, ne, Leute. Es gibt einfach 89er Schlotterbeck. Okay. Würde ich sagen, Leute. Let's go. Let's go. Umtausch. Wir gehen rein. Oh, das ist ein Rivalspieler. England. ZM. Chelsea. Wer ist das? 85er Kalager. Ja, okay. Für 80er und ohne Dudeack oder Mascherano. Naja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Naja. Okay. Würde ich sagen, Leute. Ähm. Äh, äh, äh. Oh. Wohl eine Million Coins, ne. Der 84er. Eine Witzka. Ähm. Leute. Wir wagen es auf jeden Fall jetzt hier mit Grillig. Ich, ähm. Riskiere es. Ich riskiere es. Fehler. Naja, gut. Egal. Dann würde ich sagen, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Mödi macht. Mit euch sein. Skywalker. Wir sehen uns auf jeden Fall.